ja leute, erstmal möchte ich euch kurz was sagen, sorry dass euch ganz zeit vlogvlog kommt, aber musste sein, dieser vlog ist sehr geil, guck mal zu Ende und ciao, viel spaß für den video ja leute, was geht, willkommen bei einem neuen video, ähm, heute mit seinem vlog, erstmal möchte ich mich bedanken für 100 abonnenten, ja, danke für, danke für jeden, der draußen, der mich abonniert hat und leute, wohin gehen wir, leute, ey, wohin gehen wir, gehen hier, spiel gucken, jedenfalls wird sehr geil sein, abonniert ihn, abonniert ihn, er hat einen neuen youtube kanal, abonniert ihn auch, und wir sehen uns auf der straße, auf der straße, bei reichelt ja leute, wir sind gerade im Auto, bei Emras Auto, und wir fahren zum Stadion, und ja, wieviel tippst du? ja, ich glaube, 2-1, 3-1 ich tippe 6-1, was tippst du? äh, 0-0 1-0, 2-0, 3-0 okay, er tippt 2-0, er tippt 2-1, ich tippe 6-1 und, ja, ich zeig noch ein paar Highlights, okay, ciao Leute, was geht ab, wir sind im Stadion, endlich mal, hier und, ja, ich hab mein Trikot, Name und so alles, werde ich später zeigen und wir gehen jetzt Richtung, in die Vlog-Vlog wie er gesagt hat, wir gehen jetzt Richtung und, ja ähm, gibt's überall hier ist Toilette, und hier Cola und so sollen wir schon jetzt reingehen, oder so ein bisschen chillen? na, lass jetzt schon reingehen warte, lass erstmal gucken Leute, ich weiß, ob ihr sehen könnt, aber da ist ein Torwart Jakob Busk und da sind die Spieler, die kommen rein ey, komm doch mal reingehen und, ja, Leute, wir gehen jetzt rein, wir sehen uns da ja, wir sind an der Kasse gleich jetzt zeigen wir unser Ticket und dann gehen wir rein auf jeden Fall gehen wir jetzt rein du machst immer so, ich mach immer so ja, wir sind drinnen Alter, krass da ist Dings, Bums 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 da ist Dings Leute, es ist jetzt halbzeit 1-2 für Gegner und, ja es ist halbzeit und wir gehen ein bisschen runter, so chillen es ist so kalt es ist minus 4-5 Grad und, ja, da sind die Spieler oh mein Gott Allah 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 Scheiße weg weg warte wir warten, bis die wieder kommen die Spieler sind gerade da, im Tunnel ich hoffe, Union wird noch dieses Einchen und uns lass sie bleiben, weil die kommen dann irgendwann und wir sehen uns boah wie geil das ist ey die haben sogar direkt siehst du da unten dreh die Kamera um und, ja schau Leute wir sehen uns, wenn es wieder anfängt Yo Leute wieder mit mir ich hab die meisten Hand folgt mir, da ist mein Instagram Name und 2-2 leider was sagst du? guck da mein Instagram ähm, zum Beispiel dieser Emrah hier, er durfte eine Unterschrift bekommen und beärbt die Leute keinen Stift wenn euch das Video gefallen hat, dann lass einen Daumen noch um war ein geiler Tag hier Yo, ihr könnt noch um das Feld sehen mal Screenshot, postet und wir liken es ja, markiert uns hier ist unser Instagram Name da ist dein Instagram Name bloß genau wie Lockhe der Boss Rheinische Straße bis tief in die Nacht mit von Junkies die Schuhe gekocht Kokaina, Coca, Kokaina Flex aus Peru oder Costa Rica Lila ne Scheine in Steuer oas, gebunkert wie Verona Brot drei Jahre Knast für den Nachi denn er tickte damals den Red Rover Dope Toni Sosa, Toni Toni Sosa macht doch was ihr wollt ich bleib sowieso da Fick auf dein Trainingsplan Hundesum, ich hätt das Ghetto in